Lösungsorientierte Kurzzeittherapie, weitere Interventionen. Was eine sehr wichtige Technik ist und Methodik ist, ist das Umdeuten oder das Reframing, ähnlich gesehen. Also etwas in einen anderen Bezugsrahmen setzen, das bedeutet es ja wortwörtlich, Reframing, Umdeuten. Nicht Bezüge anders zu setzen, ist ja etwas Zirkuläres oder etwas Systemisches, wo wir eine andere Perspektive einnehmen und das eben auch anders deuten können. Und das Umdeuten kann man bei jeder Sache eigentlich üben. Das heißt also, wir deuten immer wieder, es ist sehr wichtig zu deuten, es ist sehr wichtig zu bewerten oder die richtige Wertung zu bekommen oder sich vielleicht auch in der Wertung und Bedeutungsgebung zurückzuhalten. Aber ganz wesentlich ist, dass man sehr flexibel ist für die Deutung. Das heißt, das kann man jederzeit im Alltag üben. Das ist eine ganz interessante Aufgabe, die man Klienten verschreiben kann, dass sie im Alltag Umdeutungen üben. Zum Beispiel, man sagt, mein Kind ist faul, es macht nicht richtig seine Hausaufgaben. Wenn wir das umdeuten, kann man sagen, ja, er handelt überlegt, er macht das dann, wenn es ihm richtig erscheint. Er ist nicht wirklich faul, er ist nur an mir gemessen faul, denn ich müsste vielleicht, ich arbeite oft kontinuierlicher oder seine Schwester arbeitet systematisch und kontinuierlicher an einer Sache. Er schafft das vielleicht salopp, indem er sich mal drei Stunden an einem Nachmittag hinsetzt und dann das lernt. Also ist er nicht wirklich faul. Er könnte auch überlegt handeln. Also er kann seine Kräfte einteilen. Es gibt Menschen, die von ihrer Wesenheit her, zu denen gehöre ich übrigens auch als Therapeut, überhaupt als Mensch, haushalten. Das heißt also, die sind über lange Zeit scheinbar faul oder wirklich faul und tun nichts. Und dann tun sie in einer bestimmten Zeit relativ viel, während andere, wie gesagt, kontinuierlicher arbeiten. Das heißt also, Menschen, die faul sind, haben, wenn wir das differenziert sehen, diese besondere Art, zum Beispiel Aufwand und Ertrag in ein angemessenes Verhältnis zu setzen. Oder man sagt, meine Frau hat zu mir gesagt, ich sei ein schlechter Liebhaber. Anderes Beispiel. Wie könnte man das umdeuten? Dann nehme ich das nicht persönlich und sage, schlechter Liebhaber, okay. Hat mich vielleicht getroffen, aber man könnte das Ganze auch umdeuten und sagen, ja, du bist vielleicht nicht aufmerksam genug. Vielleicht bedeutet schlechter Liebhaber nicht diese Absolutheit. Und wir verabsolutieren hier Sachen sehr einseitig und nehmen sie dann auch sehr persönlich. Aber sie meint dann vielleicht nur, du könntest dir mehr Zeit für mich nehmen. Du könntest dir langsamer Zeit für Sexualität, für Erotik nehmen, für Zärtlichkeit. Und alles, was damit zusammenhängt. Du könntest vielfältiger sein. Du könntest dir mehr Aufmerksamkeit geben oder mir mehr Aufmerksamkeit geben, dass wir das beide mehr genießen könnten und so weiter. Ein anderes Beispiel ist ein Mensch, der mit mir Auto fährt, sagt, du fährst viel zu schnell und irgendwie zu ungezügelt. Und dann kann ich das umdeuten und sagen, ja, der hatte vielleicht Angst. Und wenn er Angst hatte, dann ist mir das sehr wichtig, darauf zu achten. Ich möchte nicht, dass ein Mensch, der mit mir Auto fährt, Angst hat. Dann fahre ich grundsätzlich achtsamer und nicht so, wie wenn ich jetzt alleine fahren würde, nur alleine im Auto sitzen würde und, und, und. Also wir können vielerlei Dinge im Leben immer wieder umdeuten. Und Umdeutungen üben die Flexibilität von Grundeinstellungen, die wir haben oder bestimmten Einstellungen, die wir zu einer Sache haben. Und diese Einstellungen formen ja dann unser Verhalten oder sie formen unser Denken und sie formen damit auch unsere Bedürfnisse und unsere Emotionen. Und insofern sind Umdeutungsprozesse und Möglichkeiten immer wieder etwas ganz Wichtiges. Wir können in diesen Zusammenhängen natürlich auch wieder Fragen stellen. Und die Fragetechnik in der lösungsorientierten Kurzzeittherapie ist etwas ganz Wichtiges, sei es bezüglich der Umdeutung, sei es bezüglich anderer Problematiken. Zum Beispiel, wann war das Problem, der Konflikt das letzte Mal etwas weniger belastend für Sie, für Ihre Frau, für wen auch immer. Oder ist es manchmal irgendwie anders und das Problem tritt weniger oder überhaupt nicht auf. Oder was ist dann anders, wenn das Problem nicht auftritt. Oder was können andere, andere Menschen, können Sie dann tun, was können Sie dann sehen, Was können diese Menschen erwarten, wenn das Problem ein bisschen weniger da ist. Oder wie genau sind die Dinge dann unterschiedlich, Differenzierungen. Was müsste passieren, damit dies öfter geschieht. Oder was kann Ihre Umgebung tun, damit diese Dinge öfter passieren. Eine andere Möglichkeit ist, Schlüsselwörter zu verwenden, die auf Ressourcen hinweisen. Jemand hat zum Beispiel in dem, was er ausgesagt hat, bestimmte Wörter gesagt, die einen Schlüsselhinweis haben können auf etwas, was auf Ressourcen und Möglichkeiten hinweist. Zum Beispiel das Schlüsselwort bei dem Beispiel in der Umdeutungspraxis Liebhaber. Da bedeutet es Liebhaber. Was ist denn so ein guter Liebhaber? Was kann denn Liebhaber unter anderem? Liebhaber haben große Spektren beispielsweise, also viele Möglichkeiten. Oder sowas wie verführerische Fragen. Wie wäre es für Sie beispielsweise, wenn Sie Ihre Beziehung total umstellen würden. Also wieder so eine Art Reset drücken und mit der Beziehung irgendwie nochmal ganz von vorne anfangen, obwohl Sie sich schon länger kennen. Oder wie fragen. Wie haben Sie das geschafft? Oder wie kommt es, fragen, anstelle von warum. Wie kommt es, dass Sie immer noch bei der gleichen Firma arbeiten? Wie kommt es, dass Sie immer das Gleiche machen im Sport? Wie kommt es, dass Sie öfter Ihre Frau beschimpfen und so weiter? Oder nimm Anfragen. Nehmen Sie an, Ihr Partner würde mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Was wäre dann anders? Nehmen Sie an, Ihr Kind würde in der Schule aufmerksamer sein. Was wäre dann bei Ihnen anders? Oder Fragen zu Aussagen mit nicht mehr Zielen. Was tun Sie stattdessen? Oder bei Negativzielen wie, ich will keine Unordnung mehr im Büro haben beispielsweise. Oder Frage nach Unterschieden. Was für ein Unterschied, was für eine Differenz würde es machen, wenn Ihr Partner die Hausarbeit selber machen würde? Oder wie haben Sie das gemacht statt, das haben Sie aber gut gemacht? Wie war das hilfreich für Sie? Oder Sie müssten gute Gründe dafür haben, dass Sie das so gemacht haben. Was auch sehr wesentlich ist, es sind immer wieder Unterbrechungen, also das Nicht-Tun, das Time-Out beispielsweise, den Abstand gewinnen im beraterischen Prozess. Und das ist ein typisches Signal für innere Umschaltung von Kundinnen, zum Beispiel in Form der Nachdenkpause, des Ausschaltens, der Off-Haltung, des Auf-die-Bremse-Tretens. Oder Formulieren von Feedbacks, die mithilfe von positiven Konnotationen Ressourcen fokussiert. Oder das Formulieren beispielsweise eines lösungsorientierten Experiments als spezifische Einleitung einer beraterischen Botschaft, die auf wertschätzender Beobachtung basiert. Wichtig ist auch die Anerkennung. Für Gesprächspartner wird immer wieder ein Feedback gearbeitet und in dem Feedback ist die Anerkennung, das Lob und damit das Triggern von noch mehr davon sehr, sehr wichtig. Wir bekommen als erwachsenen Menschen viel zu wenig Lob auch oft. Zum Beispiel, es gefällt mir, dass Sie das und das tun. Es gefällt mir, wie Sie darüber reden. Oder es gefällt mir, was für Sie möglich ist. Oder das ist wirklich großartig, wie Sie diese Sache gemeistert haben. Das können nicht alle und das kann ich auch nicht ständig. Und das ist etwas ganz Besonderes und Großartiges. Oder ich möchte Ihnen gratulieren, dass Sie das und das so geschafft haben. Oder ich bin sehr beeindruckt, wie Sie dies und jenes getan haben. Es ist bewundernswert und sehr lobenswert, wie Sie diese Sache erledigen. Oder Beispiele für Beobachtungs- und Einschätzaufgaben. Wann tritt diese und jene Sache zufällig ein? Oder wann verhält sich X so, wie Sie es möchten? Oder was ist anders, wenn Y zufällig weg ist? Schätzen Sie am Abend oder am Morgen ein, wie viel vom Wunder am nächsten Tag eintritt. Überprüfen Sie am nächsten Morgen, wie viel eingetreten ist. Wiederholen Sie dies jeden Samstag oder jeden Abend oder jeden Mittag. Beispiele für Handlungsaufgaben sind, machen Sie die leichteste Handlung aus dem Wunder jeden dritten Tag. Tun Sie einen Tag in der Woche so, als ob das Wunder bereits eingetreten ist. Tun Sie einen Tag in der Woche so, als ob das Wunder eingetreten ist. Das ist ja Probieren, das ist Experiencing, das ist Experimentieren. Tun Sie die erste Stunde am Tag so, als ob das Wunder eingetreten ist. Oder beobachten Sie, wann die Wunderfrage bei Ihren Freunden stattfindet. Fokussierung der Verbesserung, ganz wichtig. Was ist seit unserem letzten Treffen besser geworden? Was hat sich verändert zum Besseren? Was ist inzwischen ein Geschehen oder eingetreten, von dem Sie möchten, dass es weiterhin in dieser Weise geschieht? Oder was hat sich seither schon an Positivem entwickelt, sodass Sie jetzt das Gefühl haben, tatsächlich einen Schritt weiter zu sein? Oder was von dem, das sich seit unserem letzten Gespräch verändert hat, halten Sie für am wichtigsten? Wenn die Klienten oder Kunden wieder erwarten, nichts an zum Beispiel positiven Veränderungen einfallen, könnten zum Beispiel auch folgende Nachfragen wertvoll sein. Was war denn der beste Tag der letzten Woche? Was war das Beste, was Sie in der letzten Woche erlebt haben? Oder angenommen wiederum mit einer Skala arbeitend, die Zahl 10 entspricht dem Zustand, den Sie für sich und Ihr Leben wünschen und die 1 dem Zustand. Als wir zu arbeiten begonnen haben, wo würden Sie sich da heute auf der Skala einstufen? Also ich kann beliebig Skalen einsetzen für alle möglichen Zustände. Der Vorteil der Skala ist die Differenzierung und damit die Veränderung. Wenn Sie sich wie ein Untersuchender, wie ein Journalist, ein investigativer Journalist auf die Suche nach Positiven machen würden, was könnten Sie da vielleicht doch finden? Oder erzählen Sie mir mehr darüber? Ich finde das äußerst interessant. Und ich spüre, dass da noch etwas anderes ist, was Sie mir da erzählen könnten. Wann war das zum ersten Mal so? Oder wie sind Sie darauf gekommen, es gerade so zu machen und nicht anders? Was geschah vorher? Und was geschah danach? Was hat zum Gelingen beigetragen? Und wie hat sich das weiter positiv ausgewirkt? Oder über was haben Sie sich dabei am meisten gefreut? Schließlich, was wissen Sie jetzt, was Sie vorher noch nicht gewusst haben? All das und natürlich vieles mehr, das man gerne noch selbst auch entwickeln kann, sind Möglichkeiten zur Lösungsorientierung beizutragen. Lösungsorientierung. Für viele Menschen etwas ganz Neues. Vor allem auch dann neu, wenn Sie vielleicht noch nicht so lange die Problemorientierung kennengelernt haben, in der Form, in der Sie dann gelernt haben, zum Beispiel in der Beratungs- oder Therapiearbeit, Probleme zu formulieren, Probleme zu differenzieren und zu analysieren. Das sind natürlich weiterhin auch Wege, die sehr wichtig sind. Aber für viele Menschen ist diese Lösungsorientiertheit etwas ganz Neues. Und ein vollkommen neues Verhaltensexperimentalfeld, auch Fantasiefeld der Möglichkeiten, wie man tatsächlich Ressourcen entstehen lassen kann. Und wie man durch diese Bahnung, durch diese Flexibilität, durch diese Kooperation, durch diese Fähigkeit, die Menschen haben, durch dieses Potenzial, das sie letztendlich haben, in der Lage ist, Probleme von einer ganz anderen Seite anzugeben, nämlich durch deren Lösung, also durch eine positive Konnotierung. Also wirklich nach dem Grundsatz, wenn etwas nicht funktioniert, dann tue etwas anderes und tue das, was funktioniert. Tue das, was möglich ist und was funktionabel ist. Und das sind ganz wichtige Möglichkeiten.